Das ist die letzte Session. Also ich habe ein paar der fundamentalen Mechanismen beschrieben, über Dinge unseres Erbes, auch schon das letzte Mal, als ich hier war. Viele von euch haben meine Bücher gelesen, meine Schafe hören meine Stimme oder wach auf. Und es ist wichtig, dass auch wenn du viel an Offenbarung empfängst, viel von Wahrheit, versuch nicht, die Wahrheit zu verarbeiten, dann wirst du einfach nur frustriert sein. In diesem Moment tut ihr es sammeln. Der Herr bringt euch Saat, er bringt euch Wahrheit. Ja, und die Saat, die wird nicht alt, die verfault nicht. Und eure erste Verantwortung ist, dass ihr es sichert und dafür sorgt, dass es der Feind von euch nicht stehlen kann. Und dann werdet ihr euch selbst und diese Offenbarung dem Herrn hingeben, so dass er dann anfängt, das in euch umzusetzen, auf dem Niveau, auf dem ihr es verarbeiten könnt. Das ist die Arbeit des Heiligen Geistes, eures Lehrers, und jeder von euch hat einen eigenen Lehrer. Und dieser Lehrer, der weiß ganz genau, wo ihr steht, in jedem Bereich. Und in einem Bereich seid ihr vielleicht schon im Level 10. Und bei einem anderen vielleicht erst im Ersten. Wie macht ihr das im Natürlichen? Da ist es unmöglich. Denn der Lehrer lehrt euch ja immer in einer Jahrgangsstufe. Aber der Heilige Geist, der weiß ganz genau, wo ihr steht, in jedem Bereich. Eure Verantwortung ist es, zum Unterricht zu erscheinen. Das bedeutet, dass ihr in den Geist geht und erwartet, dass der Heilige Geist euch etwas zeigt. Und dann wird der Lehrer entscheiden, über welches Thema wir heute reden. Und was immer der Lehrer euch an Instruktionen gibt, das wird auf eurem Level sein, wo ihr in der Lage seid, es zu tun. Ja, es ist genau wie in der Schule. Die werden euch in der dritten Klasse keine Dinge geben von der zehnten Jahrgangsstufe. Und der Heilige Geist macht das genauso wenig. Aber wenn wir Herr über unserem eigenen Leben sind, und wir versuchen etwas im Niveau der zehnten Klasse zu tun, wir sind aber erst in der dritten, und wir es aus dem Natürlichen ohnehin nicht können. Dann versagen wir. Dann kommt der Feind noch und gibt da Verurteilung dazu. Und ihr solltet deshalb nie vergessen, dass der Herr sagt, meine Last ist leicht. Und immer wenn es sich für euch schwer anfühlt, oder es fühlt sich hart oder schwer an, was glaubt ihr? Dann seid ihr nicht im Geist, sondern im Fleisch. Das sollte bei euch ein Alarm angehen. Was immer ihr gerade tut, stoppt es. Tut Buße, geht zurück in den Geist. Und dann fragt ihr den Lehrer, was er möchte, was ihr als nächstes tun solltet. Also wir müssen das realisieren. Verschwende da keine Zeit. Und sitzt da nicht stundenlang und versucht herauszufinden, wie bin ich da denn jetzt schon wieder hingekommen? Was habe ich getan? Es ist völlig egal, was es war. Entscheidend ist die Wurzeln. Und das war die, dass du die Herrschaft übernommen hast. Also verschwendet keine Zeit. Tut Buße. Und bestätigt einfach, dass er der Herr ist. Und wenn ihr dann wissen müsst, was es gewesen war, um davon zu lernen, dann seid ihr ja im Königreich, in eurem sicheren Platz. Und jetzt könnt ihr auch sauber hören. Und der Lehrer wird euch dann zeigen, welchen Trick Satan verwendet hat, um euch rauszubringen. Und als wir zuletzt aufgehört haben, habe ich ja angefangen, über die Liebesbeziehung mit dem Herrn zu reden. Und darüber möchte ich jetzt ein bisschen mehr sprechen. Denn ihr fangt da an, wo ihr seid. Und er verlangt von euch nicht, ihn auf einem Niveau zu lieben, zu dem ihr nicht in der Lage seid. Ihr könnt nicht mehr geben, als das, was ihr habt. Also ihr könnt sagen, meine Familie, die leidet, wir haben Angst davor, das Haus zu verlassen. Also ich habe noch 500 Euro und um 5 Uhr sitze ich draußen auf der Straße. Du kommst vielleicht mit Leidenschaft. Du kommst und willst wirklich helfen. Aber wenn du selbst auch davor bist, aus deiner Wohnung geworfen zu werden, um 18 Uhr, weil du auch kein Geld hast, dann kannst du ihm nicht helfen. Du kannst nichts geben, was du selbst nicht hast. Oder mehr, als du hast. Und das beinhaltet auch die Liebe. Du kannst nicht mehr Liebe geben, als du hast. Und wir können Gott nicht mehr lieben, als wir von seiner Liebe haben. Der Herr hat es erschaffen. Er ist Liebe. Und wir haben alle Liebe im natürlichen Raum auch. Und das kann natürlich aber gemischt sein mit sehr viel Egoismus. Aber der Herr, der Liebe ist, das ist reine Liebe. Er liebt nicht nur, er ist die Liebe. Und wir sind seine Kinder. Und er liebt uns so, dass wir selbst, wo wir in totaler Feindschaft zu ihm waren, er bereit war, ans Kreuz zu gehen und für uns zu sterben. Wenn er uns also so sehr geliebt hat, zu einer Zeit, wo wir vollkommen gegen ihn waren, und wir sind jetzt seine Kinder, und wir versuchen es zumindest, ihn zu lieben, glaubt ihr denn, dass er uns jetzt weniger liebt? Ja, also die Liebe, die wir für ihn hatten, zu dem Zeitpunkt, also das größte Liebesgeschenk, das er für uns getan hat, das hat er zu dem Zeitpunkt schon getan, wo er für uns ans Kreuz gegangen ist, wo wir in Feindschaft zu ihm waren. Das Problem ist unsere Liebe. Und der Feind läuft darum und hat viele Leute, die versuchen einzureden, dass der Gott uns nicht liebt. Weil uns all diese bösen Dinge passieren. Warum hat er das jetzt zugelassen? Er hat es nicht, du hast es zugelassen. Es ist die Frucht von deiner Herrschaft. Ja, du säest ihm Fleisch, und dann wirst du Zerstörung ernten. Wenn du dich stattdessen ihm untergeben hättest, wie du es hättest tun sollen, dann wirst du Leben ernten, das ewiglich wird. Aber wir wollen ja alle selbst der Herr sein. Und wir wollen all diese falschen Dinge sehen. Und wenn dann die Ernte kommt, dann schreiben wir nach dem Herrn, warum wir das Problem haben. Oder wir werden da wirklich unter die Räder kommen, weil die Ernte reinfällt. Galatius sagt, klar, seid nicht verführt oder betrogen. Der Herr lässt sich nicht spotten. Und was immer du säest, das wirst du ernten. Und wenn du im Fleisch säest, dann wirst du einfach Zerstörung ernten. Und wenn du im Geist säest, dann wirst du Leben ernten, das ewiglich wird. Und wenn du nicht weißt, was du säest, dann schau dir einfach deine Frucht an. Ja, und die meisten Christen, die sehen da ein bisschen und dort. Und du wirst aber dein Leben viel, viel mehr genießen, wenn du nur im Geist säest. 1. Johannes 4,19 Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Also wir sind nicht mal in der Lage, Gott zu lieben, ohne dass er uns zuerst geliebt hat. Und weder du noch Gott können ihre Liebe, können jemanden zwingen zu lieben. Das am meisten frustrierende Ding manchmal im Leben ist, jemanden mit ganzem Herzen zu lieben und sie sind nicht in der Lage, deine Liebe anzunehmen. Das ist frustrierend. Und der Herr machte den ersten Schritt, er liebte uns so sehr, dass er bereit war, für uns zu sterben. Aber wir wollten unser Herz nicht öffnen und es anzunehmen. Ja, wir haben es zumeist nur so ein bisschen geöffnet, dass wir die Errettung bekommen und wenigstens nicht in die Hölle müssen. Und er wusste, dass unsere Motive selbstsüchtig sind. Und er liebt uns aber immer noch so sehr, dass er uns errettet bleiben lässt. Dann beschweren wir uns noch, dass wir die anderen Sachen nicht bekommen haben. Aber wir haben ihm niemals erlaubt, uns dafür vorzubereiten. Also jetzt nochmal zurück zu dieser neuen Natur. 2. Korinther 5, 17 Dass wir eine neue Kreatur in Christus werden. Die alten Dinge werden vergehen. All things are becoming new. So why is that so surprising, when that's what God does? Warum ist das so überraschend, wenn das das ist, was Gott tut? In Hebräer steht geschrieben, dass jedes Kind, das der Herr empfängt, das wird gezüchtigt. Denn er wird diese alten Dinge weg tun, denn die hindern dich daran, in seinem neuen Königreich zu operieren. Das ist das erste, was er tut. Denn das wichtigste ist, dass du beständig in der Lage bist, in seiner Gegenwart zu sein, wo du sicher bist. Und nur dort kannst du eine Bindung mit ihm aufbauen. Wo er dich qualifizieren kann für mehr und mehr von deinem Erbe. Aber außerhalb dieses Königreiches hat der Feind Zugang zu dir. Und er ist ein Dieb. Und solange du in seinem Territorium bist, da wird er von dir stehlen. Und wir wissen manchmal noch nicht mal, was er von uns stiehlt. Er stiehlt von unserem Erbe. Aber das Wertvollste, das er stiehlt, ist unsere Zeit. Du hast nur die Zeit hier, um Gott zu erlauben, dich für die Ewigkeit vorzubereiten. Und solange du im Natürlichen bist und dein eigener Herr bist, da wird nur extrem wenig von dieser Vorbereitung stattfinden. Ja, der Herr wird immer noch versuchen, an dir zu arbeiten. Und du wirst sicher alles Mögliche tun, um irgendwas zu versuchen. Aber es ist nicht nur ein Bruchteil dessen, was er tun könnte im geistigen Raum, wo Satan keinen Zugang hat. Und wo du dich ihm anvertrauen kannst und ihm vertrauen kannst. In seinem Königreich kann er in drei Monaten mehr tun, als du in 70 Jahren zustande bekommen würdest, wo du rein und raus springst. Also, ich bin verliebt in ihn. Ich habe die Prinzipien von ihm nicht verstanden. Aber ich habe ihn gesucht. Ich habe ihn gesucht. Und an einem Punkt habe ich nach ihm ausgerufen. Wie kann ich dir zeigen, dass ich dich liebe? Denn ich möchte dich so bewegen, wie du mich bewegst. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich noch nicht Gott irgendwas fragen und habe direkt die Antwort bekommen. Ich konnte die Bibel lesen und bin davon ausgegangen, dass der Heilige Geist bestimmte Dinge mir offenbaren wird. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass ich das Zeugnis des Heiligen Geistes hatte, wenn ich etwas geprüft hatte. Ich wusste, dass der Herr manchmal die Initiative übernimmt, um zu mir zu reden. Und ich bin auch davon ausgegangen, dass ich ihn etwas fragen konnte, wo er direkt darauf antwortete. Aber wenn ich das getan habe, ist nichts passiert. Ich konnte nichts hören. Und das war frustrierend. Also viele der großen Wahrheiten, die der Herr mir beigebracht hat, die kamen zumeist direkt, nachdem ich völlig frustriert war. Und ich habe alles versucht, was ich irgendwo kannte, und es ist nichts passiert. Und alles, was ich dann getan habe, war, nach dem Herrn zu schreien. Ich wollte dem Herrn zeigen, dass ich ihn liebe. Aber das hat ihn nicht sehr beeindruckt. Ich habe ihm die Lieder gesungen, wo ich dachte, die mag er. Aber ich habe von ihm einfach keine stärkere Antwort gespürt. Also habe ich den Punkt erreicht, der Frustration. Und ich war ja dieser Babychrist und habe einfach nur noch geschrien, Herr, ich verstehe es nicht. Ich habe alles getan, von dem ich dachte, ich kann es tun, um dir zu zeigen, dass ich dich liebe. Und es sieht für mich sogar so aus, als dass du gerade gelangweilt wirst. Ich sage, Herr, wenn du nur das kleinste bisschen deiner Liebe zeigst, dann überwältigt mich das. Und ich möchte dich so bewegen, wie du mich bewegst. Was kann ich tun, um dir zu zeigen, dass ich dich liebe, dass dich auch so bewegt? Jetzt, ihr seht, ich wusste nicht, was das Problem war in meinem Hören von Gott. Alles funktioniert über den Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, und du wirst auch nichts empfangen. Also das Problem war nicht, Ich glaubte, dass der Herr mir direkt antworten kann, aber ich zweifelte an, dass er es tun würde. Dass er wirklich zu mir reden würde. Ich wusste, dass ich rebellisch war. Also dachte ich, ich bin sicherlich nicht würdig dessen. Und ich verstand auch nicht die Technologie Gottes, denn in meinem Verstand hat er das Universum geleitet. Er ist beschäftigt. Und in meinem Verständnis hat er keine Zeit, zu mir zu reden, denn wer bin ich schon? Ich wollte und ich glaubte auch, dass er es kann, aber ich habe es angezweifelt, dass er es tun würde. Und es war auch niemand da, der mir jetzt gezeigt hätte, was das Problem ist. Also hat er mich vollkommen frustriert werden lassen. Und ich habe nach ihm ausgerufen, Herr, ich will dich bewegen. Was kann ich tun, was dich bewegt? Ich habe ihm eine Frage gestellt. Und an dem Tag machte ich einen Fehler. Ich hatte vergessen zu zweifeln. Ich bin ernst. Und in dem Moment ist mein Glaube freigesetzt worden. Und er hat mir direkt geantwortet, was mich sehr überrascht hat, denn ich habe keine Antwort erwartet. Das kann nicht so einfach sein. Also etwas, was vorher so unmöglich ausgeschaut hat. Puff, es hat funktioniert. Ja, ihr habt so quasi am Schluss den richtigen Schalter erwischt und die Lichter sind angegangen. Jetzt werdet ihr fragen, wie konntest du wissen, dass es der Herr war? Also in der gleichen Zeit ist der Heilige Geist sehr stark über mich geflossen. Und das ist das, was er gesagt hat. Wenn du mich liebst, dann halte meine Gebote. Das ist Johannes 14, 15. Er hat nicht gesagt, das steht in Johannes 14, 15. Ich kannte Johannes 14, 15 nicht. Er hat es einfach gesagt. Ihr wisst ja, erinnert euch, Gottes Wege sind nicht unsere. Das hat zu meinem Verstand überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich war ein Baby, ich war naiv. Und ich wusste nicht mal, dass Gott unsere Gedanken lesen kann. So naiv bin ich gewesen. Und meine kleinen Erdnüsse haben angefangen, sich da im Kreis zu drehen. Und ich dachte nur, um was in der Welt hat das jetzt damit zu tun? Ich frage dich, wie kann ich dir meine Liebe zeigen? Und du sagst mir, halt meine Befehle. Und ich habe mir vorgestellt, ich gehe jetzt zu meiner Frau und sage ihr, dass ich sie liebe. Aber ich will dir wirklich zeigen, wie sehr ich dich liebe. Was kann ich dir zeigen, das dir zeigt, dass ich dich liebe und nicht wirklich bewege? Und ich habe mir vorgestellt, meine Frau sagt mir dann, Das ist einfach. Einfach befolge meine Befehle. Ihr Frauen sagt jetzt sicherlich, wow, heute predigt er wirklich toll. Ja, ich habe also diesen Blödsinn gedacht. Ich wusste nicht, dass er es so sieht. Also hat er meine Gedanken unterbrochen. Er war nicht böse. Aber er hat aber auch nicht gelacht. Sehr ruhig und sehr ernst. Sohn, du hast mich gefragt und ich habe dir geantwortet. Wenn du mich liebst, dann halte meine Gebote. Du weißt, meine Wege sind nicht die Wege der Menschen. Ja, und auch da wusste ich nicht, dass das eine Bibelstelle ist. Ja, und ich dachte nur, ja, es sind offensichtlich nicht die Wege der Menschen. Und es hat überhaupt keinen Sinn gemacht für meinen natürlichen Verstand. Ich habe ihn aber gefragt, dass er es mir sagt, und er hat es so geantwortet. Und was er als nächstes gesagt hat, das wird euch zeigen, wie viel Gnade und Barmherzigkeit er für die Babys hat. Ja, ich war also ein Kleinkind gewesen bei Stick. Ich habe einen kleinen Jungen, zwei Jahre alt. Ja, wie mutig die sind. Und ich dachte, der Herr fordert mich heraus. Und da habe ich was Dummes gemacht. Ich habe ihn herausgefordert. Ich kann es euch nicht empfehlen. Ich gebe euch einfach nur mein Zeugnis. Okay, Herr, wenn dir das zeigt, dass ich dich liebe, dann gib mir jetzt ein Befehl. Und ich werde alles tun, was du mir sagst, was ich tun soll. Ja, ihr merkt schon, das macht euch nervös, wenn ihr nur darüber nachdenkt. Wie würdet ihr das auch noch sagen, wenn ihr wisst, er ist am anderen Telefon? Wie würdet ihr das auch noch sagen, wenn ihr wisst, er ist am anderen Telefon? Am Ende der Telefonleitung, er ist wirklich dran. Ja, er könnte es einfach auflegen. Oder er könnte mir einen Befehl geben, der mich wie ein Idiot aussehen lässt. Ich habe da überhaupt keine Idee gehabt. Aber stattdessen hat er ein Kind von sich gesehen. Ein Baby, das wirklich vollkommen verliebt ist in ihn. Und das wirklich alles versucht, um zu ihm zu kommen. Und ich hätte da wirklich jeden Pastor fragen können von irgendeiner Denomination. Und niemand hätte mir geholfen. Ja, und wahrscheinlich wäre der Herr auch noch enttäuscht gewesen, dass ich überhaupt versucht habe, irgendjemanden zu fragen. Also hatte er Geduld und Gnade für mich. Also hat er mir einen Befehl gegeben. Auf dem Niveau, wo ich war. Den ich ausfüllen konnte. Es hat nicht viel Sinn gemacht. Denn er hat nicht gesagt, geh und kauf dir einen neuen Mercedes. Es war etwas von der Variante, hör auf, das ist das zu tun. Ja, ich dachte schon wieder. Was hat das jetzt mit Liebe zu tun? Und dann habe ich die Klappe vom Visier runtergetan, weil ich ja wusste, er kann meine Gedanken lesen. Denn für meinen natürlichen Verstand hat das überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber er hat mir erklärt, dass die Wege von mir nicht die Wege der Menschen sind. Also habe ich sofort dem gehorcht, was er mir gesagt hat. Ohne zu verstehen, warum er das gesagt hat. Nur um ihm zu zeigen, dass ich ihn liebe. Und zwar nach seiner Definition, nicht nach meiner. Also habe ich sofort Buße getan für das, was er mir aufgezeigt hatte. Und in dem Moment, wo ich das getan habe, kam der Heilige Geist mit einer richtigen Wende von Liebe über mich. Und ich hätte da für Stunden drin bleiben können. Oh, Herr, das hat sich so gut angefühlt. Und ich habe sofort gesagt, Herr, gib mir einen neuen Befehl. Ich will dir sofort zeigen, dass ich dich liebe. Und er hat mir sofort wieder einen Befehl gegeben. Und er war auch wieder, dass ich mit etwas aufhören sollte, wo ich Buße getan habe. Ich habe nicht gezögert. Ich habe sofort getan, was er gesagt hat. Und sofort kam der Heilige Geist wieder stark über mich. Ich habe einfach nur gefragt und gefragt und gefragt. Und das waren Dutzende von Dingen. Bis ich gespürt habe, es reicht für jetzt. Ich erkenne Gott immer noch an. Und ich tue, was er mir sagt, was ich tun soll. Aus dem gleichen Grund. Nämlich um ihm zu zeigen, dass ich ihn liebe, auch wenn dann nicht jedes Mal jetzt eine große Welle des Heiligen Geistes über mich kommt. Hätte er das beständig getan, der Heilige Geist, dann wäre mein Körper schon längst verbrannt. Du tritt das nicht auf Dauer aus. Was glaubt ihr, warum er in dem Moment so stark war? Das war ein Schlüsselmoment. Für mich, das war nicht einfach nur ein Schlüssel. Das war ein Generalschlüssel. Wisst ihr, was ein Generalschlüssel ist? Ihr könnt ein Hotel haben mit tausend Zimmern. Jedes Zimmer hat seinen eigenen Schlüssel. Aber dieser Generalschlüssel ist in der Lage, alle tausend Türen zu öffnen. Also diese eine Wahrheit, die alle Türen öffnet. Aber dieser Generalschlüssel kann eine Tür öffnen, aber dieser Generalschlüssel kann alle Türen im Königreich öffnen. Und deshalb wollte er mich wissen lassen, dass das wichtig ist. Also von diesem Zeitpunkt an, also wenn ich zur Arbeit gegangen bin, habe ich es nicht geschafft, im Geist zu bleiben. Ich bin da wieder rausgefallen, habe dann Buße getan. Bin wieder in seine Gegenwart. Und im ersten Moment, wo ich seine Gegenwart wieder gespürt habe, ja, gib mir einen neuen Befehl, ich will dir zeigen, dass ich dich liebe. Und da habe ich wieder angefangen. Und in the beginning, old things were passing away. Und am Anfang, sorry, at the beginning. In the beginning then, everything was old was passing away, things were becoming new. Ja, und das war dann die Situation, wo die alten Dinge vergangen sind. Because that's mostly what was happening every time. Neu, neu geworden sind, aber das waren die Dinge, die zumeist passiert sind. Aus dem Natürlichen sah das nicht viel Spaß aus. Denn am Anfang war es so schwer für mich, in seine Gegenwart zu kommen. Und es schien so einfach für den Teufel, mich da rauszuholen. Aber jedes Mal, wenn ich reingekommen bin, habe ich angefangen, an diesen Dingen zu arbeiten, eins nach dem anderen. Und nachdem ich die zum Teil abgearbeitet hatte, konnte ich über Stunden drehen bleiben. Und alles, was er mir gezeigt hat, habe ich niedergeschrieben. Ich hatte den ganzen Tisch mit Blättern voll, wo ich Dinge allein von einem Nachmittag aufgeschrieben habe, wo dutzende von dutzenden Dingen waren, für die ich Buße getan habe. Und habe stattdessen Wahrheit empfangen. Ich bin nur ein Baby. Also immer, wenn ich durchaus durchgegangen bin, habe ich festgestellt, dass es schwerer wird, für den Feind mich wieder rauszuholen. Und so bin ich von den fünf Minuten zu den zehn, zu den fünfzehn. Und selbst wenn ich rausgeflogen bin, habe ich gemerkt, dass es viel leichter für mich war, wieder zurückzukommen. Und dass ich weniger dafür gebraucht habe. Und dann ist etwas vollkommen Unerwartetes passiert. Aus irgendeinem Grund ist die Liebe Gottes in mir dramatisch gewachsen. Ich meine ernsthaft gewachsen. Und die erste Person, die das festgestellt hat, war meine Ehefrau. Ich garantiere euch, dass ich sie zu dieser Zeit, ihr hättet zu diesem Zeitpunkt mich nie überführen können, dass ich meine Frau hätte mehr lieben können, als ich es getan habe. Denn ich wusste, dass ich ihr alle Liebe gegeben habe, die ich hatte. Das ist eine Tatsache. Aber es ist auch eine Tatsache, ich hatte nicht viel. Und das, was ich hatte, das war mit viel Ego gemischt. Aber jetzt, da war diese Agape-Liebe, jetzt fing diese Agape-Liebe an, in mir zu wachsen. Ich habe nicht verstanden, was passiert. Aber sie hat den Unterschied gesehen. Und es war schon fast peinlich. Sie hat also gemerkt, dass ich viel mehr Liebe hatte als vorher. Ich dachte schon, was ich ihr zuvor gegeben habe, war gar nicht schlecht, im Vergleich zu den meisten anderen Ehen. So hat sie gefragt, was geht in dir vor? Ich wusste nicht, was mit mir vorgeht. Ich arbeite an was dran, bete einfach für mich. Ich weiß nicht, was es ist, was da vor sich geht, aber es ist gut. Und als ich es dann weiterentwickelt habe und Gott mir Verständnis dafür gegeben hat, was passiert, dann war ich in der Lage, es mit ihr zu teilen. Und sie fing an, in diesem Prozess zu laufen. Bevor ich zu meinem Zerbruch kam, da hättet ihr mich fragen können, gibt es eine Stelle in der Schrift, die du weniger magst als alle anderen? Und ich hätte da nicht lange gefackelt. Das wäre die Schrift gewesen, sei nicht verführt, Gott lässt sich nicht spocken. Was immer du sählst, das wirst du ernten. Denn all meine Familie, das waren Christen. Und ich war der verlorene Sohn in Rebellion. Und immer, wenn ich einen von denen getroffen habe, dann haben sie diese Schriftstelle gebracht. Ich habe diese Schriftstelle gehasst. Es ist jetzt eine meiner Lieblingsstellen. Denn es ist immer noch die Wahrheit. Was immer du sählst, das wirst du ernten. Aber ich habe es immer nur von der negativen Seite gehört. Du wirst Zerstörung ernten. Aber wenn du im Geist siehst, dann wirst du Leben auf Ewigkeit ernten. Ich wuchs auf dem Land auf, auf einer Farm. Also wir hatten alle möglichen Ernten und Produktionen. Also ich habe Sehen und Ernten verstanden. Wir hatten Zeit zum Pflanzen, wir hatten eine Zeit zum Ernten und zum Säen. Das spielt keine Rolle. Das ist ein Prinzip, eine Gesetzgebung von Gott. Und was ich im geistigen Raum nicht verstanden habe, warum hat er das als Standard gesetzt, um ihm Liebe zu zeigen. Wenn du mir zeigen willst, dass du mich liebst, dann halte meine Gebote. Das hat für mich keinen Sinn gemacht. Also ich bin in ihn verliebt. Das ist einfach die Aussage. Und aufgrund der Liebe habe ich einfach nur getan, was er wollte. Ich habe nicht darüber nachgedacht, was er gesagt hat. Das war mir auch egal. Und am Anfang war das auch nicht bequem. Ich habe es nicht verstanden. In meinem Verstand schien das auch nicht fair zu sein. Aber er hat darauf reagiert. Also ich habe die Frucht gemocht, die ich bekommen habe. Auch wenn ich die Methode von ihm nicht kapiert habe. Also ich habe einfach nur gezeigt, dass ich ihm vertraue. Was ich nicht wusste, war, dass wenn er mir ein Kommando gibt, wenn ich ihm vertraut habe, und wenn ich dem gehorsam war für die Motivation, dass ich ihm zeigen wollte, dass ich ihn liebe, dann war das Maß der Liebe, das es gebraucht hat, diesem Befehl zu folgen. Das war ein Investment in Gott. Das war eine Saat in Gott. Und was für eine Saat habe ich da gesetzt? Ich habe mein Herz geöffnet, und er hat es mit seiner Agape-Liebe erfüllt. Und ich kann euch versichern, je schwieriger der Befehl war, je mehr Verpflichtung und Liebe, ihr müsst das übernehmen, da hat es mehr Vertrauen und mehr Liebe gebraucht, um dem zu folgen. Eine zweite Illustration. Also am Anfang hat er möglicherweise ein Glas voll an Liebe in mir ausgeschüttet. Also hatte ich ein Glas von Agape-Liebe in mir. So habe ich ihm gebeten, dass er mir ein Kommando gibt, damit ich ihm zeigen kann, dass ich ihn liebe. Erinnert euch, beim ersten Mal habe ich gesagt, ich tue alles, was du willst. Ja, und was wäre denn, wenn er mir ein Kommando gibt, bei dem ich hundert Gläser von Agape-Liebe brauche, damit ich dem folgen und vertrauen kann? Ich hätte es nicht tun können. Also ich habe nur ein Glas, und deshalb wird er mir kein Kommando geben für zwei Gläser. Er wird mir entweder ein ganzes Glas geben, das ich ja habe, oder ein Teil davon, aber nicht mehr als das, was ich kann. Also zum Zwecke der Illustration, weil ich ja so mutig war, stellt euch einfach vor, dass er mir einen Befehl gibt, der hätte alles gebraucht, was ich hatte. Ja, wo er also schon merkt, ihr schluckt, wenn er es hört. Aber sagen wir, er hätte es getan. Und sagen wir, dass aus der Motivation heraus, dass ich ihm zeigen will, dass ich ihn liebe, habe ich dieses Glas, das ich hatte, komplett gegeben und diese Agape-Liebe ausgeschüttet, und ich habe Agape-Liebe geerntet. Mit einem Unterschied, ihr könnt Gott nicht übertreffen. Was immer ihr sät, ihr werdet mehr zurückbekommen. Also stellt euch vor, ich habe ein Glas gesät und habe zwei zurückbekommen. Und dann habe ich gesagt, Herr, gib mir einen anderen Befehl. Dann könnte er ja bis zu einem Zweiglas-Befehl kommen. Also habe ich die zwei gesät und ich habe vier zurückbekommen. Versteht ihr das Prinzip, worüber ich rede? Das ist das, was passiert ist. Ich habe nicht verstanden, warum. Aber die Liebe Gottes ist ganz klar in mir gewachsen. Und die Kapazität, meine Frau zu lieben, hat dramatisch zugenommen. Das ist das, was sie festgestellt hat. Es ist einfach für mich, meine Frau zu lieben. Sie glaubt, ich bin der größte Typ auf der Welt. Das ist leicht. Aber ich hatte Brüder und Schwestern in der Gemeinde, die haben mich nicht mal gemocht. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, aber es gab auch die, die mich gemocht haben. Also als meine Liebe gewachsen ist, konnte ich schon mal die lieben. Aber ich habe noch nicht genug gehabt, um die zu lieben, die mich nicht gemocht haben. Aber es fing an zu wachsen. Ah, jetzt fing es an, dass ich auch die lieben konnte. Ja, und dann könnt ihr ja mal zum Nachbar gehen, von dem ihr wisst, dass er euch nicht mag. Er ist vielleicht noch nicht mal Christ. Dann braucht es mehr Liebe, um den zu lieben. Und der Herr als Maßstab sagt ja, wir sollen sogar unsere Freunde lieben. Also selbst jemand, der uns möglicherweise umbringen will. Das braucht viel mehr Liebe. Wenn du also nur ein Glas hast, wirst du nicht in der Lage sein, auch deinen Feind schon zu lieben. Er wird dich mit dem anfangen lassen, wo du in der Lage bist, es zu tun. Aber wenn es deine Berufung ist, in der Lage zu sein, auch deinen Feind zu lieben, dann wird es Teil deiner Vorbereitung sein, dich dahin zu bringen, dass du dieses Maß an Liebe hast, auch deinen Feind zu lieben. Und das ist von mir verlangt worden. Aber zu Beginn wusste ich nicht, was für einen Dienst ich überhaupt haben werde. Ich wollte niemals in den Dienst gehen. Ich wollte nur die Beziehung haben. Und die fing an zu wachsen. Ich hatte Spaß. Ich sah all die Frucht. Ich konnte kaum warten. von ihm für etwas anderes gefragt zu werden. Einige von euch denken, vielleicht bin ich ein bisschen verrückt. Und vielleicht kommt auch noch jemand, der es bestätigt. Denn zu Beginn hat der Herr nichts verlangt, was ich hätte haben müssen. Und eines Tages kam dieser Gedanke zu mir. Je schwieriger es wird, einem Befehl zu folgen, vielleicht wird er das als einen größeren Ausdruck meiner Liebe sehen. Also habe ich es mal eines Tages getestet. Ich habe gebeten, Herr, gibst du mir einen schwierigeren Befehl? Denn ich möchte dir zeigen, dass ich dich liebe auf einem höheren Niveau. Also bis dahin hat er nicht meine gesamte Kapazität in Anspruch genommen. Also wenn ich ein Glas hatte, hat er vielleicht ein Viertel meiner Kapazität verlangt. Und eines Tages hat er mir dann einen Befehl gegeben, der hat wirklich das gesamte Glas gebraucht, das ich zur Verfügung hatte. Und versteht bitte, der Herr hatte einen Ruf für mich und ich musste diese Dinge lernen. Und ich musste die Dinge ja lernen und alles, was ich hatte, war der Heilige Geist. Das gab es ja niemand anderen. Dann kam der Heilige Geist so stark über mich, dass es in meinem Verstand keinerlei Zweifel gab. Also wenn ich das dieses Mal tat, bevor ich damit anfing, das auszuführen, kam der Heilige Geist über mich. Und es kam dann sehr stark über mich, sodass ich genau wusste, es ist er, der mir mehr Liebe zurückgebt. Und es war immer mehr, als er vorhin reagiert. immer mehr, als das, was er zuvor von mir verlangt hat. Ich habe nichts davon verstanden. Aber von dem Zeitpunkt an, habe ich gesagt, Herr, gib mir schwierigere Befehle. Also ich habe wirklich für schwierigere Befehle gefragt. Oder gebeten. Also manche würden vielleicht sagen, ich muss verrückt sein, das zu tun. Ich habe einfach auch eine großartige Zeit mit dem Gehört. Und an dem Tag, oder from this day on. Ja, und eines Tages habe ich eben diese Aussage getroffen, dass ich Gott gebeten habe, mir schwierigere Befehle zu geben. Und wenn ihr jemals mein Zeugnis gehört habt, dass von dem Zeitpunkt ab, wo ich 13 Jahre alt war, mit meiner Rebellion gestartet habe, wegen Hyppokratern in meiner Gemeinde, da habe ich das geschworen. Ich weiß nicht, was ich werde, wenn ich aus der Schule komme. Aber ich werde dir eines versprechen, was ich nicht sein werde, Prediger. Es ist völlig egal, was ich tue für mein Leben, aber ich werde kein Prediger sein. Und selbst zu diesem Zeitpunkt jetzt, wo er diese Befehle schon ausgeführt hat, da wollte ich auch noch kein Prediger sein. Ich wollte ihn einfach kennen. So sagte ich, Herr, gib mir schwierigere Befehle. Sagt er, Herr, ich will dich im Dienst. Sagt er, Joseph, ich will dich im Dienst. Das war so für mich, wie wenn du die Luft aus einem Ballon rauslässt. Und ich sage euch einfach nur, genau was passiert war. Das erste, was ich sagte, Herr, du musst Scherze machen. Du weißt, dass ich nie ein Prediger sein will. Das ist, wovor ich davongelaufen bin all die Jahre. Denn ich hatte Angst davor, dass das passieren würde. So, Gott, du weißt, dass ich das nicht sein möchte. Wisst ihr, was seine Antwort war? Liebst du mich? Und da wusste ich genau, wie Petrus sich gefühlt. Und ich sagte das gleiche, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und dann antwortete er, dann erfülle meine Befehle, du weißt, dass ich dich im Dienst will. Und ich kann euch garantieren, das hat jeden Tropfen der Liebe und das Vertrauensgebrauch, das ich hatte. Und das war aber das erste und einzige Mal, wo ich dem Herrn eine Bedingung abverlangt habe. Und ich sagte, okay, Gott, wenn es das ist, was ich tun muss, um dir zu zeigen, dass ich dich liebe, du weißt, dass ich es nicht sein möchte, aber ich werde gehorsam sein zu dem, was du sagst, weil ich dich liebe. Aber ich werde eine Bedingung stellen. Ich werde kein Hypokrat sein. Ich verachte Hypokristen. That's why I missed you all these years because of hypocrites in the church. Das ist, warum ich dich so viele Jahre verfehlt habe, aufgrund der Hypokraten in der Gemeinde. I've read your word. Heuchler. Ja. Ja, ist das Fremdwort, das stimmt beides. Okay, also heuchler, damit es klarer ist. I've read your word. Ich werde dein Wort studieren. When your disciples, who were your ministers? Sorry? When your disciples, who were your ministers? Also, wenn deine Diener, deine Jünger, also, wenn du ihnen gesagt hast, dass sie was tun sollen, dann hast du ihnen ganz klar gesagt, was du von ihnen willst. Und du bist mit ihnen gegangen. Und du hast abgedeckt und dafür gesorgt, dass das, was du gesagt hast, funktioniert. Ich werde alles tun, was du mir sagst. Ich werde an jeden Platz gehen, wo du mir sagst, wo ich gehen soll. Ich werde nicht vernünfteln, was du willst. Und wenn du nicht mit mir gehst, dann werde ich nicht gehen. Und er hat diese Bedingung akzeptiert. Ich bin also niemals irgendwo hingegangen, wo er mir nicht klar gesagt hat, dass ich da hingehen soll. Ich bin niemals irgendwo hingegangen, wo er nicht mit mir hingegangen ist. Und er mir alles gegeben hat, was nötig ist, um das zu tun, was er mir gesagt hat, was ich tun soll. Und wenn er das nicht tun würde, würde ich mein Haus nicht verlassen. Und ich bin überall auf der Welt gewesen, in so vielen Nationen, für so viele Jahre. Und dieser Standard hat sich nie verändert. Und es verändert sich immer noch nicht. Und ich liebe es, dass er mein Leben korrigiert. Aber ich weiß, wenn er eine Richtung vorgibt, dann kommt der Heilige Geist über mich, um mich in die Lage zu versetzen, das zu tun, was er mir aufgetragen hat. Und wenn ich etwas brauche, was ich nicht habe, dann wird Gott dafür sorgen, dass ich das bekomme, was ich brauche. Um zu seiner Ehre, dann er ist der Herr. Und wenn der Herr einen Befehl gibt, etwas zu tun, dann ist es seine Verantwortung, alles dafür zur Verfügung zu stellen, dass es funktioniert. meine Verantwortung ist zu glauben, dass er das tun wird und freizusetzen, das, was er zur Verfügung gestellt hat, durch den Glauben, um es in einer legitimen Art und Weise zu einzusetzen. und dann fließt er damit. Und dann fließt er damit. Diese Liebe wächst weiterhin. Ich habe die Salbung verstanden. Das ist nichts anderes als Autorisierung durch Gott. Und was immer der Herr dich autorisiert zu tun, dann ist der Heilige Geist auch da, damit du es vollbringen kannst. in Lukas 4,18, wenn Jesus in die Synagoge kam, am Tag des Herrn, und er hat aus Isäa gelesen, dann las er die Schrift, Lukas 4,18, der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt, das Evangelium zu den Armen zu predigen, und die Dinge, die daran folgen. Die meisten Leute verstehen die Salbung nicht, denn ihr seht sehr selten jemanden, der wirklich gesalbt ist. Aber ihr seht es zumeist eher mal in den Geistesgaben, oder wenn wir die Kraft Gottes sich irgendwo manifestieren sehen. Aber der Herr kann auf viele Arten und Wahlen beweisen, die sich manifestieren. Und zumeist, wenn wir den Geist Gottes sich bewegen, dann gehen wir davon aus, dass diese Person gesalbt ist, weil wir den Geist Gottes auf ihr sehen. So, wenn du die Durchschnittsperson fragst, was ist die Salbung, dann würden sie sagen, es ist der Geist Gottes auf jemanden. Das ist aber nicht, was die Schrift sagt. Jesus sagt, der Geist Gottes ist auf mir, er hat nicht gesagt, dass der Geist auf mir ist, und das ist die Salbung. Das hat er nicht gesagt. Sondern er hat gesagt, der Geist Gottes ist auf mir, weil Gott mich gesalbt hat. Also nicht der Geist Gottes ist die Salbung, sondern der Geist Gottes ist auf ihm, weil er gesalbt ist. Und eins der Dinge, wo ich von Anfang an darauf dachte, war, dass ich immer klar verstehen wollte, was Gott sagt. Wenn ich also eine Schrift stelle, wie das Lars, wie jetzt die Salbung, dann habe ich es mir im Griechischen angeschaut. Und da wird also von diesem Ritual gesprochen, Öl über deinen Körper von oben herunterlaufen zu suchen. Und das ist eben diese Symbolik des Geistes. Und wir lesen das im natürlichen Verstand, und wir glauben zu wissen, was es ist. Und von daher kommen wir dann zu der Schlussfolgerung, dass der Geist die Salbung ist, aber das ist falsch. Es ist so, dass die Salbung die Grundlage dafür ist, dass der Geist da ist. Also habe ich gebeten, Herr, gib mir eine einfache Definition über das, was Salbung bedeutet, die ich verstehen kann. Und sagte einfach, es heißt Autorisierung. Jesus sagt, der Geist Gottes ist auf mir, weil der Herr mich autorisiert, das Evangelium zu den Armen zu predigen. Also der Beweis dafür, dass er autorisiert war, war, dass der Heilige Geist auf ihm war und ihn in die Lage versetzte, zu tun, was er autorisiert war, auszuführen. Und in dieser Autorisierung war mit eingeschlossen, dass der Herr alles andere dafür zur Verfügung stellt, was du brauchst, um erfolgreich das auszuführen, was er dir aufgetragen hat, zu tun. Und Jesus tat nur das, was der Vater ihm aufgetragen hatte, zu tun. In Johannes 5, 13 sagte er, dass er konzieht. Ja, also ich werde nicht, sagte Jesus, ich werde nicht meinem eigenen Willen folgen. Ich werde aus mir heraus nichts tun, aber wenn ich einen Befehl bekomme vom Herrn. Er sagte ganz klar, sein Wille ist es einfach nur, den Willen des Vaters zu tun. Also hat Jesus gehört, dass der Vater ihm etwas aufgetragen hat. Und weil diese Seibung dann da war, war der Heilige Geist auch da, um ihm in die Lage zu versetzen, das zu tun. Denn alles, was er tat, war autorisiert. Und der Heilige Geist war beständig auf ihn. Und er möchte, dass jeder von uns gesalbt ist. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Wenn wir verstanden haben und den Glauben haben, und der Feind will nicht, dass wir das überhaupt wissen. Deshalb möchte er auch nicht, dass Jesus Herr ist in eurem Leben. Denn wenn er euch beauftragt, es etwas zu tun, dann wird, was immer es ist, ist, was er euch beauftragt, auch das sein, was ihr in Autorisierung habt. Und damit eingeschlossen, wird der Heilige Geist euch zur Verfügung stehen, um das zu tun, was nötig ist, um das erfolgreich abzuschließen. Und genauso wird euch all das gegeben, was ihr braucht, um das auszuführen. Das ist das, warum ich es so liebe, dem Herrn gehorsam zu sein und ihn anzuerkennen. Denn wenn immer er etwas zu mir spricht, dann ist es aber so, dass ihr immer noch glauben müsst, dass er euch das gibt, was ihr braucht, um es auszuführen und dass ihr gesalbt seid. ihr müsst es empfangen können, wozu er euch autorisiert, über den Glauben und ihr müsst es in einer legalen Art und Weise ausführen. Also wann immer der Herr mir aufträgt, etwas zu tun, dann erwarte ich, dass der Heilige Geist auf mir ist, um mich in die Lage zu versetzen, es genau so zu machen, wie der Herr es von mir möchte. Und auch wenn ich es noch nicht weiß, er wird mir ganz genau zeigen, wie es der Herr haben möchte. Es ist egal, ob ich Kraft brauche, ob ich Versorgung brauche, wenn er mir den Befehl gibt, es zu tun, dann mache ich mir keine Gedanken darüber, wie ich da hinkomme. Das ist nicht mein Problem, das ist seins. Und wenn ich da was dazu beizutragen habe, dann wird er mir das sagen. Aber wenn er sagt, es ist nichts für dich zu tun, dann habe ich nichts und wenn er mir sagt, es gibt da für dich nichts zu tun, dann weiß ich, ich habe nichts zu tun. Er wird dann möglicherweise jemand anderem etwas auftragen, etwas zu tun. Ich mache mir darüber keine Gedanken, es ist nicht mein Problem. Das ist Gottes Verantwortung. Ich habe Freude. Ich habe keinen Druck. Das Joch ist einfach. Ich habe keine Anxietungen. Ich bin also nicht ängstlich. Ich mache mir keine Sorgen. Ich habe keine Ängste, wo er mich möglicherweise hinschicken könnte. Aber was er mich hinschicken könnte, er wird mit mir sein. Okay, ich bin aus der Zeit. Die Zeit ist vorüber. Also nehmt, was gesagt worden ist und lasst den Heiligen Geist in euch arbeiten. Ich habe letzte Nacht und heute jede Menge gesagt. Und lasst euch nicht vom Feind da festnageln, wo ihr was vielleicht nicht verstanden habt. Wenn Gott euch Ohren gegeben hat zu hören, dann ist das, womit ihr euch im Moment beschäftigen sollt. Also konzentriert euch darauf, wo ihr Ohren hattet, es zu hören. Ich bin hier als ein Lehrer. Ich habe ein Einraum-Schulhaus. Alle unterschiedlichen Niveaus. Aber ihr habt alle den Heiligen Geist in euch. Und er wird euch die Dinge geben auf dem Niveau, wo ihr seid. Wenn ihr was gehört habt, was ihr nicht verstanden habt, dann war es vielleicht nicht für dich und jemand anderes hat es verstanden. Fokussiert euch auf das, was, wo ihr Ohren hattet, es zu hören. Denn einer der Tricks Satan ist es, um dich da auf etwas festzunageln, wo ihr eben keine Ohren hattet, es zu hören, wo der Herr euch auch noch nicht autorisiert hat, das jetzt zu tun. So wird auch der Heilige Geist nicht da sein, um euch dabei zu helfen. Aber die Dinge, wo er euch Ohren zum Hören gegeben hat, da seid ihr autorisiert, das durchzuführen. Also empfangt es und erwartet, dass euer Lehrer, der Heilige Geist, in einer Art und Weise kommt, die euch in die Lage versetzt, das zu tun. Immer ein Schritt auf einmal. Und wenn ihr gehorsam seid und das tut, dann wird er euch auch Ohren geben, die anderen Dinge zu hören. Und Satan versucht immer uns zu anderen Dingen springen zu lassen. Und dann werden wir verlieren wir die Rolle. Ja, also die Zeit von ihm ist vorbei. Ich weiß, sie wollen noch eine Frage stellen, aber es ist jetzt in den Händen des Pastors. Ja? Ja? Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Brauche ich noch eine extra Anweisung von Gottes Willen? Zum Beispiel, wenn jemand vorbestellt und der missbraucht den Namen Koptes. Dann habe ich das Befehl von Gottes Willen. Also Sie, Sie missbrauchen den Namen und Sie wollen den sich, der ist jetzt schrauben. Oder muss ich nochmal ein... Moment, don't you long. This is something from Republishment. Check out what you're saying. Did you interpret that part? Was it strange? Okay. He was saying, do I need for certain things in extra order for example, he's using the name of the Lord. Can I instantly tell him no. Nein. I can't say I don't need an interpreter. Nein. Die Antwort ist nein. Also du bist nicht autorisiert ohne einen extra Befehl des Herrn so zu reagieren und zu antworten. Wenn das die Situation ist, dann wäre es an dir, den Herrn zu fragen, Herr, was willst du, was ich tun soll? Und wenn der Heilige Geist dann sagt, du sollst was Bestimmtes sagen, dann sagst du einfach das, was er dir auftragt, zu sagen. Aber du bist nicht autorisiert, etwas zu sagen, und wenn du nicht in der Lage bist, klar zu hören, dann hast du auch nicht die Autorisierung, etwas zu sagen. Bete dafür. Und wenn da was kommt, wo der Herr kein Zeuge ist, dann ist das nicht von ihm. dann sagst du einfach, ich bezeuge das nicht, aber das autorisiert dich nicht, ihn zu korrigieren. Also wenn jetzt einer krank ist und er sagt, er hat die Autos gebrechen, dann bin ich sofort gezwungen zu beten. Someone is sick and he's saying, he has this and that pain and then she feels directly like pushed almost to pray. Ja, ich verstehe das. Aber ich frage immer noch den Herrn. Willst du, dass ich bete? Wenn da jemand ist, der das nicht wirklich versteht und wir sagen dem, der Herr sagte mir, ich sicht für dich beten und Satan bekommt einfach Zugang, um viel größere Probleme zu kreieren, dann wird der Herr das möglicherweise nicht sagen. Ja, dann gehen wir vielleicht einfach weg und beten dann, aber nicht so. Und wenn ich keine Autorisierung habe zu beten, dann wird das Gebet ohnehin nicht gehört. Ja, aber und im Zweifelsfall würde ich dann einfach beten, Herr, lass dein Willen geschehen in dieser Situation. Ich würde etwas auf diese Art beten. Aber bei vielen Menschen ist es so, dass sie im Gebet versuchen, dem Herrn die Richtung zu geben, was er tun soll. Herr, heile meine Schwester jetzt. Ich bin in der Herrschaft und ich sage dem Herrn, was er tun soll. So funktioniert es nicht. In einigen Fällen müssen wir einfach, ja. Ich kann aber nicht so weit, also wir müssen manchmal Schritte machen, aber nicht so weit, dass ich in Disobedience, also in Ungehorsam dem Herrn gegenüber bin. Ja, es gibt da Zeiten, wo einfach bei einem schwachen Gefäß der Herr klartig ist und wir sollen da einfach Liebe zeigen und Annahme, aber wir können den Herrn nicht dazu bringen, was zu tun, was er zu diesem Zeitpunkt nicht tun möchte. Und wenn du den Herrn nicht hören kannst, dann kannst du ja immer dann noch beten, wenn dich jemand darum bittet. Und wir tun das. Das ist kein Problem. Und ich sage einfach nur, er tut viele Gebete, wo nichts passiert. Aber wenn dich der Herr, wenn dir der Herr befiehlt, etwas zu tun, dann weißt du genau, dass er das tun möchte. Und dann ist es ja auch viel einfacher zu glauben, dass er das tun möchte und da wird eben ein anderer Glaube freigesetzt. Und dann wird etwas passieren. Ich kann verstehen, dass Leute verletzt sind und sie werden nicht helfen. Dann liebe sie einfach da, wo sie sind. Er könnte natürlich sagen, ich will nicht mit dir beten, ich fühle mich da nicht geführt. Und wenn du Gott nicht direkt hören kannst, also für ein Rema-Wort, wo jetzt die Zeit dafür ist, dann gehst du normalerweise wenigstens mit dem geschriebenen Wort, das du findest. Ja, und du kannst ihnen einfach Anteilnahme zeigen und für sie beten. Aber du musst in dem Licht laufen, das du hast. Also wenn du den Herrn nicht klar hören kannst, dann kannst du das jetzt mit der Schrift machen. Ja, aber ich kann ihn hören und wenn ich es tun würde, wäre es nicht okay. Denn ich könnte den Herrn fragen und eine Antwort dafür bekommen. Und einfach, wo mehr gegeben ist, da wird auch mehr verlangt. Und ich kann aber nicht meinen Standard jetzt auf jeden anderen drauflegen. Aber du brauchst zumindest eine Vision, wo du dich hinrichten sollst. Und in der Zwischenzeit läufst du einfach in dem Licht, das du hast. Da ist Gnade da, für wo du bist. Es gibt dabei keine Gnade, da zu bleiben, wo du bist. Die Gnade ist einfach da, dass du Gott suchen kannst, um dich aufs nächste Niveau zu bringen. Wie dein Glaube ist, so wirst du einfach funktionieren. So, even if you can't hear clear, your motivation should be pure. Niveau. Und selbst wenn du nicht hören kannst, so sollte doch zumindest deine Motivation rein sein, die sein sollte, dass du diese Person lieben willst. Aber nochmal, es gibt da einen besseren Weg. Okay? Okay. Okay. Okay.